Willkommen und hallo zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Bad Wars. Die Map gefällt mir schon wesentlich besser. Ich habe mir gedacht, ich nehme von ein paar Survival Games einfach mal jeweils zwei Folgen auf und schaue mal, wie die so ankommen. Und was am besten ankommt, das werde ich höchstens nicht öfters bringen. Vielleicht auch mit Begleitung. Irgendwann mal. Wenn die Marnie zum Beispiel mal Bock hat, wenn du das gerade siehst, was ich eher weniger glaube, falls du Bock hast, kannst du gerne mit aufnehmen, dann kann man auch mal Teamfolgen machen, wobei man da vielleicht ein bisschen bessere Chancen haben könnte. Team. Ich bin Team Gelb. Nicht schlecht. Gelb mag ich. Hab nichts gegen Gelb. Hey Jungs, teilt ihr mal ein bisschen? Dankeschön. Item Shop. Wie viel? Sieben. Gold. Kann ich jetzt vielleicht eventuell mal ein bisschen was haben? Wäre ganz nett. Hallo. Nice. 16 Blöcke. Das ist wieder so ein Camper. Dann werde ich mich erstmal ums Bett ein bisschen kümmern. Mehr kann ich mich nicht kümmern. Mehr Blöcke habe ich nämlich nicht. Ich stehe wieder zu zweit drin. Ich kriege hier überhaupt nichts. Leute. Danke. Danke. Ach so, der neue Skin, falls den man noch nicht gesehen hat. Gut sieht man jetzt nicht die blaue Hose. Ich habe jetzt die blaue Jeans angezogen. So, ich bin human. Ich lasse dem jetzt das Gold. Ähm. Hm. 10 Iron. Nein. Rüstung. Blöcke brauche ich auch, ja. Rüstung. 40 Iron, alter. Hab nicht genug. Hab nicht genug. So, ich gehe jetzt mal auf. Auf Kreuzzug. Der Gefühle. Okay. Das ist nicht schlau. Man sollte vielleicht nach oben bauen. Ähm. Wenn er meint. Hallo. Wie kann das so dumm sein? Er hat ihn erwischt. Das ist gut. Diamanten. Diamanten. Emeralds, oder? Das sind, glaube ich, keine Diamanten. Das ist Team Blau. Da sind Diamanten. Mist, das sind nur Emeralds. Team Gelb. Jetzt fülle doch mal schneller wieder auf. Nein. Jawoll. Der ist untergefallen. Team Gelb. Alter, jetzt hat er sich einen geholt. Ich sage, mein Team. Das ist ja nicht so, als würde ich es ihm nicht gönnen. Aber ich warte hier schon die ganze Zeit. What the fuck? Ja, ich habe einen. Team Rot kommt. Vier. Team Rot. Leck mich. Kommen die. Leute, die kommen. Leck mich. Nein. Ich habe mitge... Da ist noch einer. Na, komm. Komm schon. Jawoll. Ich habe, glaube ich, ihn gekillt. Oh, bei Nelo. Bei Nelo. Okay, ich brauche einen Bogen. Ich brauche keinen Bogen, weil ich nicht genug Gold habe. Nice. Äh. Ähm. Hier packt natürlich auch niemand was rein, ne? Warte mal, warte mal. Emerald. Alla. Alla. Digga. Digga. Ja. Komm schon, Rot. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe fünf Diamanten. Fünf... Fünf Diamanten. Das könnte interessant werden jetzt. Hallo. Ähm. Egal. Wenn, dann sterbe ich damit. Fuck you. Nein. Huh. Oh, nice. Das ist ein Netter. Ähm... Zum Glück einen Freund gefunden. Also, jetzt. Ich schenke dem dafür mal was. Ähm... Ähm... Ich brauche die, glaube ich, sowieso nicht. Höchstwahrscheinlich, denke ich mal. Also... So. Kleine Gegenleistung quasi. Weil ich wüsste nicht, wie ich die jetzt einsetzen soll. Alter, wie kommt man da hin? Ah, die haben uns quasi verbunden. Äh, es ruckelt. Nein. Hallo, Team Rot. Na? Na? Hi. Hi. Oh, das ist ein Gelber. Oh, das ist ein Gelber. Hahaha. Ich baue das hier mal ein bisschen aus. Mhm. So. Na ihr? Nein. Was soll das? Alter. Alter. Wieso baut er das unter mir ab, der Ficker? Ist da drüben noch ein Bett? Wo will ich eigentlich hinbauen? Wir sind noch zu zweit. Das rote Bett ist weg. Ich schau mal. Hier gibt's... Padillas. Okay. Hallo. Fick dich. Na, er hat keinen Bogen. Er hat keinen Bogen. Shit. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Was war das für eine Anzioon, ey. Ich bin einfach runtergefallen aus eigener Dummheit. Wegen meiner Dummheit, ey. Oh Gott. Gut, die Folge ist neun Minuten lang. Ich glaub mich, dass ich das noch geschissen bekommen hätte. Obwohl, zwei rote gegen zwei gelbe wäre es gewesen. Gut. Wenn euch die Folge trotzdem ein bisschen gefallen hat. Da unten sind sie. Weißt du was? Ich schau mal ganz kurz zu. Ich schau mal ganz kurz zu. Ich mach noch ein bisschen länger. Okay. Ja, nice. Rot ist nur noch ab. Wenn Team Geld das jetzt gewinnt, ne? Na. Na. Rot hat also auch kein Bett mehr gehabt. Wo ist der rote? Wo ist der rote? Da hinten. Also sie sind schon ziemlich weit voneinander entfernt. Bin mal gespannt. Wie er das so macht. Das hätten wir echt noch gewinnen können. Alter, was mach ich denn für ne Scheiße, ey. Oh, Mann, ey. Ich setz mir aber mal selbst ins Aus. Ah, schade. Schade. Pass mal auf. Nur mal so zum Testen. Ah. Ah, schade. Die gehen sich doch jetzt ewig aus dem Weg. Oh, nein. Da war eh kein Bett mehr drin. Das ist blöd gelaufen, ne? Wollen die sich jetzt ewig aus dem Weg gehen, oder was? Ah. Na, sie juckt. Wo ist denn der? Ich finde den halt gar nicht, ne? Da ist meine Bastion. Hätte ich bei den anderen vielleicht auch schon machen sollen. Da ist er. Jetzt kommt's zum Showdown. Showdown. Bum. Ich muss dramatische Musik unterlegen. Wer wird das Ding machen? 18 Herzen. Es sind beide. Na, toll. Und jetzt? Nein. Nein, geht er weg. Komm, schießen runter. Schießen runter. Schießen doch runter. Komm schon. Oh nein, jetzt haut er natürlich ab. Der baut sich ein. Das könnte eine ziemlich lange Folge werden. Wenn die Zeit nicht ablaufen würde. Aber fünf Minuten bleibe ich hier nicht mehr. Ganz ehrlich. Es dürfen sie natürlich jetzt beide keinen Fehler erlauben. Ich sink schon wieder ab. Beide dürfen sich nicht den geringsten Fehler erlauben. 19 Herzen. 20. Der ist definitiv ein Vorteil. Auch weil er auf der, äh, ja, Insel ist. 12 Herzen. 16, 13. Komm schon. Na, 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 na. What the fuck? What the fuck? Wir hätten gewonnen. Ich hätte nur überleben. Wir sind nicht mal was machen müssen. Oh man, das ist jetzt mies. Ja, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben dalassen. Über ein Abo höre ich auch. Sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüu.